Vor deinem Herzen steht eine Frage, Wer ist der Herr, der dein Leben bestimmt? Bist du es selber, du oder Jesus? Schau, wie so ziehlos dein Leben zerringt. Kennst du das Leben? Hülle den Geist. Christus im Zentrum, weißt du, was das heißt? Christus soll mit dir sein, Christus, der ganz allein. Christus im Zentrum, weißt du, was das heißt? 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 Christus soll mit dir sein, Christus, der ganz allein. Christus im Zentrum, weißt du, was das heißt? Christus im Zentrum, weißt du, was das heißt? Christus im Zentrum, weißt du, was das heißt? Vielen Dank.